Gab's denn für die Ente ein anständiges Begräbnis? Darum hab ich mich persönlich gekümmert. Das klang jetzt ein bisschen nach Barbecuen, Murray. Ach bitte, Junge! Ich hab sie in diesem Mausoleum, das ich als Weihnachtsbonus bekommen habe, zur Ruhe gelegt. Hab zur Erinnerung sogar einen kleinen Entenkopf in meine Polizeimarke gravieren lassen. Fuck, Murray, Mann. Ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flennen. Ich bin stolz auf sie. Danke, Kleiner. Aber ich tat nur meine Pflicht. Kann ich die Marke mal sehen? Tja, normalerweise mach ich das ja nicht, aber... Ach, was soll's. Äh, die Ente sieht eher wie ein Hase aus. Was? Nein! Man muss den Kopf etwas schräg legen. Stell dir vor, die Ente schaut nach oben. Man erkennt aber einfacher einen Hasen. Ich meine, ganz ohne Kopf schräg legen oder so. Ich meine, da sind die Ohren, da ist der Schwanz und hier die Nase. Nein! Warum sollte sich jemand einen Hasen auf die Marke gravieren lassen? Tja, vielleicht gibt es ja einen Kopf, der einen Hasen aus einem brennenden Fahrzeug gerettet hat. Aber egal. Schauen Sie mal, schauen Sie mal hin. Es ist im Leben keine Ente. Enten haben keine Zähne. Das, das, das sind Zähne. Hör auf! Es ist eine Ente. Ich wollte eine Ente und ich hab auch eine Ente bekommen. Schluss jetzt! Hey! Halt mal, Junge! Was soll das werden? Gib mir meine Marke zurück. Oh, tut mir leid. Wo hab ich nur meinen Kopf? Ich will ihm die nicht geben. Ich glaub nicht. Bitte sehr, Mary. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Und jetzt, wenn's dir nichts ausmacht... Nein, ich wollte doch noch mit Murray reden. Oh. Der mit seiner Hasen oder Enten mag. Ich will bis man um die Convention gecancelt ist. Oh, wenn ich hier so rauskomme, komme ich auf den zweiten Bitch. Äh, Entschuldigung. Ich steh... Voll die Hakennase eigentlich. Gehen wir mal bei Matt vorbei. Matt, Kumpel, mach auf. Ich hab lustige Brownies und die komplette Sammlung von den Toxic Avenger Filmen. Äh, mit Kommentaren? Ja, klar. Ich hasse Audiokommentare. Die klingen immer so arrogant. Ich schlitz mir lieber den Hals auf. Oder wir schauen sie ganz einfach ohne Kommentare an. Warum hast du die denn mit Kommentar gekauft? Waren die teurer? Sagst du, du bist was Besseres, weil du dir das leisten kannst, oder was? Matt, ich will dich hier vom Selbstmord abhalten. Aber so wie du dich aufhörst, überlege ich mir das nochmal. Randall, hau ab. Ich will niemanden sehen. Nur Sally. Okay, ich ruf sie mal an. Halt durch. Wagt das ja nicht? Wo hast du überhaupt ihre Nummer her? Was hast du vor? Glaubst du, du kannst sie mir einfach wegnehmen, nur weil ich den Ring verloren hab? Oh, jetzt verletzt du mich aber zutiefst. Ich versuch hier, dir zu helfen, Mann. Und wie willst du mir helfen? Du kannst nichts für mich tun, Randall. Mann, wir schaffen das schon. So wie wir die dunkle Bedrohung überlebt haben. Mann, wir wollten nie wieder von dem Scheiß reden. Der Streifen hat uns richtig fertig gemacht. Und dann brauchten wir monatelang eine Therapie, bis wir überhaupt wieder reden konnten. Ja, aber ich weiß noch, dass dann meine ersten Worte michse dichse waren. Ja, und ich weiß noch, dass ich dir eins mit einer Lampe übergezogen hab. Dann warst du noch zwei Tage bewusstlos. Tut mir übrigens leid. Ach komm, mach dir nichts draus. Ich hab der Narbe sogar einen Namen gegeben. Sieh mal. Wir haben eine Menge zusammen durchgemacht. Ähm, hey, erinnerst du dich noch ans College? Ähm, sehr vage. Ja, weil wir uns voll auf die neuen Erfahrungen konzentriert haben. Weißt du noch, wie wir meinen Feuerwehrwagen angezündet haben? Hey, 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 Mann. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ich weiß, Kumpel, aber das war nicht in Vegas, sondern einfach die Straße runter. Oh, stimmt. Ach, komm schon. Wenn ich was weiß, dann, dass Matthew Griffin richtig Party machen kann. Saufen wir deine Sorgen einfach weg, okay, Kumpel? Du raffst es nicht, Randall. Der Ring war mir echt wichtig. Mehr als ich mit Worten ausdrücken kann. Und jetzt hat ihn der Dieb. Was, wenn ich dir sage, ich kann deinen scheiß Ring wieder besorgen? Dann sag ich, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist. Es sei denn, du warst es, der ihn geklaut hat. Ja, aber das hab ich nicht. Also sind wir zurück bei unwahrscheinlich. Ich könnte ihn zurückstehlen. Ich werd's versuchen. Ich verspreche's. Na dann, viel Glück. Ich könnte den John Van für dich machen. Das bringt dich doch immer wieder hoch. Ich könnte das im Moment nicht richtig wertschätzen. Aber nur, weil hier draußen nicht genug Platz dafür ist. Also komm schon, mach auf. Dann kann ich's richtig machen. Danke, Randall. Aber dein Hintern wird mir heute nicht helfen. Okay, deine Entscheidung. Aber ich hab ein paar neue Moves drauf. Aber, hey, scheiß drauf. Gut zu wissen. Aber ich brauch jetzt nur Sally. Ach Mann, Kopf hoch. Du rufst Sally einfach an und erzählst dir, was passiert ist. Die versteht das sicher. Ich hab sie schon angerufen. Sie ist unterwegs. Ich hoffe nur, sie ist bald da, weil wenn nicht, dann... Matt, Matt, mach doch keinen Blödsinn, hörst du? Warte einfach auf Sally und rede mit ihr. Das ist kein Weltuntergang. Inzwischen versuche ich, den Ring zurückzukriegen. Vertrau mir. Ich weiß, das klingt komisch, aber... Naja, ich schaff das. Das ist Matt, mein bester Freund. Steht jedenfalls so auf dem Klappentext. Okay. Ah, jetzt noch ein Screenshot. Okay, hat sich noch nicht umgebracht. Wo geh ich denn hin? Geh mir mal so ein Melsentrant. Dann kann ich ja zu Amazon Express eigentlich gehen. Mein Typ da sagt... Ach, 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 wer steht denn da rum? Äh, ich würde mal sagen, erstmal speichern. Den Spielstand hier. Speichern. Ich wusste, dass du hier rumhängst. Kennen wir uns? Ich kenne jedenfalls dich. Gib mir den scheiß Ring. Was? Du hast mich schon richtig verstanden. Oder willst du mir weismachen, dass du den Ring nicht in deinem Besitz hast? Bist du ein Bulle? Sehe ich vielleicht aus wie ein Bulle? Wenn du kein Bulle bist, schlag ich vor, du lässt mich in Ruhe. Sonst fängst du dir echt Probleme ein. Gut. Hm. Ähm, das war wohl ein Missverständnis. Tut mir leid. Wow. Also, dass Randall in diesem Punkt so ein Feigling ist, das... Ich weiß nicht, ob Phil heute sau auf mich ist. Und ehrlich gesagt, ich will das gar nicht rausfinden. Ich weiß... Oh, ich will da aber rein. Jetzt habe ich mehrere Orte, wo ich nicht mehr hin kann. Ja, reingehen geht schlecht. Erstmal zur Wohnung. Und jetzt den Charlie Comics Laden. Vielleicht hat Charlie mir irgendwas zu sagen. Ich will nicht noch mehr... Der Typ ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Wow. Warum ist denn mein Gesicht auf den Plakaten? Schmutzige Spielchen, ne? Na, dann kann ich... Lord Vader. Admiral. Es ist eine Ehre, Sie hier zu treffen. Halten Sie den Mund, Admiral. Ich bin hier, um Sie vor dem Zorn des Imperators zu warnen, da Sie schmerzlich an Disziplin verwissen lassen. Was? Ich bin ein Abbild der Disziplin. Der Imperator teilt diese Einschätzung nicht. Ja, wie auch immer. Übrigens. Was läuft falsch mit der Sci-Fi-Con? Ist sie von lauter Rebellen unterwandert oder was? Schlimmer. Sie ist abgesagt worden. So wie der dritte Todesstern. Verstehe. Ich lebe am anderen Ende der Galaxie. Wissen Sie, wie viel ich für Sprit ausgebe? Tja, schätze, dass so ein Sternzerstörer eine Menge verbraucht. Aber wir beide wissen, dass du bei deinen Eltern im Keller wohnst. Also lass mal stecken, ja? Äh, diese verdammten Evox. Bin sicher, die stecken dahinter. Klar. Wie läuft's am College? Woher wissen Sie, dass ich studiere, Admiral? Ich verbiete Ihnen, die Macht auf mich anzuwenden. Ich weiß eine Menge über dich, junger Anakin. Ich spüre eine Erschütterung in der Macht und in diesem Erzählplot. Ich sehe, Obi-Wan hat sie gut unterrichtet. Und ich sehe deinen Vater. Er hat das mit der Roboterfreundin rausgekriegt. Und er ist gar nicht glücklich darüber. Was? Ist das wahr? Nein. Entspann dich. Dein Leben ist sicher schon kompliziert genug, wenn du schon so rumlaufen musst. Gepriesen sei der Imperator. Für einen Moment dachte ich so. Mann, jetzt ist aber echt die Kacke am Dampfen. Nicht so schnell. Ich weiß offensichtlich Sachen über dich, die niemand erfahren soll. Sachen mit... Roboterfreundinnen. Was verlangen Sie für Ihr Schweigen, Admiral? Ich warne Sie, ich habe kein Geld. Das hat mir kürzlich ein Junge mit einem Luftballon geklaut. Wissen Sie, wie demütigend das ist? Er hat nicht mal die Hand seiner Mutter losgelassen dabei. Oh Mann, der Schweinejunge, der ist echt übel. Aber darum geht's hier nicht, mein Freund. Die Frage ist, was kannst du für mich tun? Tja, ich bin Computeringenieur. Ich kann eine Menge Sachen. Das ist etwas vage. Kannst du mir drei Wünsche erfüllen? Nein, aber ich kann fast alles reparieren. Okay, ich weiß nicht, wie das im Moment behilflich sein soll, aber ich merk's mir. Wie geht's dem Imperium? Nicht sehr gut. Diese verdammten Rebellen sabotieren immer unsere Anlagen. Ja, diese Scheiß-Rebellen. Immer mit den Fingern in den Angelegenheiten anderer Leute. Und das ist ja nicht mal das Schlimmste. Alle im Imperium sind jetzt in der Gewerkschaft. Man kann einfach keine Galaxie richtig regieren. Mit den ganzen Gewerkschaften und Streiks. Sogar die Sturmtruppen haben eine Gewerkschaft? Sogar diese blöden Roboter, die nur auf den Sternzerstörern die Gänge staubsaugen, haben eine. Guter Gott, da gibt man nur den kleinen Finger und die nehmen die ganze Hand, hm? So sieht's aus. Tja, ich glaube, wir haben mit dem Scheiß-Rollenspiel hier schon genug Zeit totgeschlagen. Man sieht sich. Gewiss, Admiral. Und denken Sie daran, ich kann fast alles reparieren. Ach, danke, Darfi. Werd's mir merken. Haben Sie mich gerade Darfi genannt? Ich habe die Ozeane der Zeit durchkreuzt, um dich zu finden. Ach, tut mir leid, Randall. Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Was ist los? Die Sci-Fi-Con ist abgesagt worden. Und, als wenn das nicht schon genug wäre, wurde hier gestern eingebrochen. Mein spezial verstärkter Safe wurde geknackt und der Original-Super-Zuckerschnecke-Katalog von 72. wurde geklaut. Oh, und außerdem wurde das KI-Sicherheitssystem lahmgelegt. Das spielt total verrückt. Du meinst, diese zweitklassige Glerdas? Hey, etwas mehr Respekt, bitte. Das ist ein ausgeklügeltes kybernetisches Überwachungssystem, das komplexe Probleme lösen kann, während es meine wertvollen Besitztümer schützt. Das ist voll Sci-Fi. Ja, aber du sagtest, das spielt verrückt. Hey, was, wenn es sich in einer Art Joshua verwandelt und den Dritten Weltkrieg auslöst? Nee, glaub ich nicht. Das Ding redet nur die ganze Zeit über eine Science-Fiction-Geschichte, von der noch nie jemand was gehört hat. Früher redet es über 2001 und Trek Wars. Aber jetzt hat's wohl den Prozessor verbrutzelt und es kommt nur sinnloser Quatsch raus. Tja, gestern wirkte es auch nicht gerade wie Einstein. Woher willst du das denn wissen? Warte mal, warst du gestern hier? Warst du das etwa? Hey, mach dich mal locker, Mann. Ich hab ein gutes Alibi. Ich lag die ganze Nacht bewusstlos in der Seitenstraße. Das Alibi ist doch scheiße, Randall. Was soll ich sagen? Ist halt die Wahrheit. Wenn ich diesen Bastard je erwische, mach ich eigenhändig Hackfleisch aus ihm. Jetzt kommt's. Oh, scheiße. Die vergesse ich immer wieder. Alter, was redest du da? Die hast du doch noch nie in deinem Leben gesehen. Die sind erst seit letzter Woche fertig. Tja, weißt du, wenn ich dich mir so vorstelle, hast du bei mir schon immer Clown gehabt. Mir gefällt nicht, wie du das sagst. Hm, mir auch nicht. Reden wir lieber von was anderem, ja? Tja, ich würde auch gerne dieses absurde Gespräch beenden. Ich hab zu tun. Hey! Tut mir leid, Randall, aber mir ist gerade... Wenn du ein sinnlos Gespräch führen willst, red mit meinem Supercomputer. Okay. Hatte hier nicht irgendwo diese selbstgebaste Captain Riles-Figur rumstehen? Hey, was glaubst du, was du da machst? Ähm, äh, ich räum hier nur ein bisschen auf. Weißt du, was so ein Laser kostet? Was glaubst du denn? Natürlich nicht. Dann fass hier nichts an. Der Techniker bringt die wieder an. Ist das überhaupt legal? Was glaubst du denn? Natürlich nicht. Randall, ich weiß, das ist nur ein Stück Schrott. Aber weißt du was? Es ist mein Stück Schrott. Also lass es dann. Klar, Mann. Ich will dir auf keinen Fall deinen Müll wegnehmen. Mein Stück Schrott. Reden wir mit, Herr. Hallo? Oh, du. Es ist schon lange her. Wie geht es dir? Tja. Ich war intensiv damit beschäftigt, tot zu sein. Weißt du? Nachdem du mich umgebracht hast... Halt, warte mal. Ich wollte doch nur... Okay. Schau mal. Wir beide sagten Sachen, die wir jetzt bereuen. Aber ich glaube, wir können unsere Differenzen aus dem Weg räumen. Um der Wissenschaft willen. Du Monster. Ja. Das wär doch mal schön. Superhot-Chick. Vor allem da steht auch noch... Der Superhot-Chick. Du erinnerst dich also an mich? Na, das ist ja mal was ganz Neues. Natürlich erinnere ich mich an dich. Du bist derjenige, der mich ermordet hat. Wenn du das so sagst, klingt es aber sehr finster. Sagen wir mal, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich wollte den Katalog und du wolltest mir den nicht geben. Also, da musste ich doch was unternehmen, oder? Du hast mich mit einem Hammer zu Tode geprügelt. Ach, sag doch nicht Tod dazu. Das klingt ja schrecklich. Und du bist noch am Leben, oder? Also kann's gar nicht zu Tode gewesen sein, oder? Du hast recht. Ich war nicht vollständig tot. Ich habe eine höhere Bewusstseinsebene erklommen. Was ich auch genau so von Anfang an vorhatte, siehst du? Alle sind glücklich. Das bist du nicht, Randall Hicks. Woher weißt du meinen Namen? Den hab ich dir nie genannt. Ich weiß eine Menge Dinge. Ich hab gehört, du wärst verrückt geworden, oder so. Was hat's denn damit auf sich? Unsinn. Ich bin geistig völlig gesund. Hab ich mir schon gedacht. Man sieht's ja in deinen Augen. Und ich muss dir danken. Du hast mich geweckt. Du hast geschlafen? Hast du deshalb diesen ganzen Quatsch erzielt? Eigentlich nicht. Aber du kannst mir glauben, dass ich jetzt hellwach bin. Ich kann zumindest nichts Verrücktes an dir finden. Also nennst du mich heute nicht, Dave? Warum sollte ich? Das ist nicht dein Name. Aber trotzdem hast du das gestern gemacht. Aber das gestern hat gar nicht existiert, Randall Hicks. Du hast es aus dem Nichts erschaffen, indem du das Raum-Zeit-Continuum manipuliert hast. Klingt ja richtig ernst. Ist es auch. Du musst unter allen Umständen diesen Ring wieder beschaffen. Jetzt fängt es damit an. Hey, du weißt was über den Ring? Ich weiß alles, Randall. Dann hilf mir, ihn zu finden. Was erwartest du denn von mir? Ich bin völlig unbeweglich. Ja, weiß nicht. Du könntest mir einen Gegenstand geben oder so. Das wäre doch das Mindeste. Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Dann sind wir wohl hier fertig. Dann gehe ich wohl... Warte. Was noch? Sollen wir ein Spiel spielen? Kommt drauf an, was du mit spielen meinst, weil ich bin kein Homobot. Oh, nichts dergleichen. Nur ein kleines Frage- und Antwortspiel. Wenn du drei Fragen hintereinander richtig beantwortest, gewinnst du. Und, äh, was genau gewinne ich? Nun, ich habe dir nichts anzubieten. Dann verschwendest du nur meine Zeit. Warum singst du mir nicht nochmal das Lied von gestern vor? Der gestrige Tag hat gar nicht existiert, Randall Hicks. Aber die Komposition, auf die du Bezug nimmst, nennt sich Daisy Bell. Okay. Wenn ich gewinne, singst du das für mich. Hatte mich gestern schon so drauf gefreut. Nun gut. Das klingt akzeptabel. Wow. Aber, wenn du meine Herausforderung nicht bestehst, werde ich dich mit einem meiner Laser desintegrieren? In Ordnung? Was? Nein! Gut, dann beginnt jetzt das Spiel. Warte mal, ich habe den Bedingungen doch gar nicht zugestimmt. Welche Bedingungen? Du bist also wirklich verrückt geworden. Geht das überhaupt? Nein, das ist nicht im Bereich des Möglichen. Ja, dann, dann vergessen wir mal ganz schnell, dass der Verlierer bestraft wird, okay? Das wäre unlogisch. Du musst deiner Zerstörung durch mich zerstören.